ja hallo ich zeige euch schnell wie man im internet wortwolken erstellen kann das geht über bestimmte internetseiten hier haben wir zum beispiel wordart.com hier sieht man schon wie das dann fertig aussieht das sind praktisch worte die dann bestimmte formen annehmen die form können natürlich entsprechend verändert werden und hier gibt es dazu entsprechende seiten das hier sind auch beispiele von wortwolken und gibt halt verschiedene seiten wie zum beispiel tech crowd taxedo wordle oder wordart und das versuchen wir jetzt mal schritt für schritt dazu brauchen natürlich eine wortliste schon mal vorbereitet sage ich kopieren und dann zeige ich euch das im firefox browser also wordart.com sind wir auf dieser seite hier steht schon create now mal schauen ob das zulässt dann haben wir hier eine option import words also import von wörtern kann man sagen einfügen also rechtsklick einfügen muss man vorhin abgespeichert haben und sagen import words jetzt sind die hier drin jetzt kann ich zum beispiel auch bestimmen was für eine größe die haben sollen also zum beispiel bildschirm lassen wir mal auf 1 oder computer sagen wir mal die soll hervorstechen maus vielleicht auch größer machen betriebssystem auch größer machen alles andere ist kleiner wenn ich jetzt auf visualized gehe dann sieht man schon computer kommt am größten raus dann maus und betriebssystem haben wir das trip system wollte wohl nicht größer machen ich mache das noch mal anders als alle betriebssystem hier so man kann auch noch diese form hier entsprechend ändern mit shapes zum beispiel ein herz draußen machen natürlich muss mir immer auf visualized angehen und hier habe ich dann die neuen ergebnisse schon geometrik halloween kürbis ja also je nachdem was man auswählt kommt es einmal besser raus mal schlechter mal schauen bei dieser schallplatte hier naja gut dann kann man natürlich noch schriftarten sich entsprechend raussuchen vom layout her je nachdem wie die wörter hier entsprechend sich ausrichten sollen kann man das natürlich auch noch verändern und so kann man jedoch einiges machen sogar farben kann man auch entsprechend ändern und hier zum schluss der letzte punkt hier ist es so bei der seite dann müsste man sich anmelden dann kann man das hier entsprechend runterladen drucken geht glaube ich so drucken geht so ok ansonsten wenn man sie jetzt nicht anmelden will gäbe es eine möglichkeit mit dem snipping tool hier sage ich einfach neu damit hier alles so milchig und wenn ich hier dann so ein kasten drumrum aufziehe dann habe ich hier das praktisch hier abgespeichert sondern kann sagen kopieren und dann kann ich das zum beispiel in andersprogramm rechtsklick einfügen hier rein tun und da habe ich dann meine wortwolke in dem schreibprogramm drin ok das war schon die anderen seiten die funktionieren ähnlich einfach mal ausprobieren darauf achten man muss entweder java oder silverlight noch installiert haben ansonsten funktioniert es im prinzip genauso wie jetzt eben gezeigt ok